Ich freue mich auch hier zu sein und an den spannenden Diskussionen und Vorträgen teilnehmen zu können. Ja, im Rahmen dieses Kolloquiums bin ich gebeten worden, über Lichtmasterpläne zu sprechen. Das ist letztendlich die Methode, wie eine Gesellschaft oder wie auch Kommunen und Städte versuchen, den Umgang mit Licht in der Stadt, in der Nacht zu regeln. Aber ganz kurz. Lichtplaner kommen nicht so häufig vor und deswegen weiß auch nicht jeder, was ein Lichtplaner tut. Wir planen, das ist vielleicht für mehr Menschen bekannt, wir planen Kunstlicht oder künstliches oder elektrisches Licht in Gebäuden, wie hier der Bahnhof in Rotterdam. Was schon nicht mehr so bekannt ist, ist, dass wir auch Tageslicht planen. Das heißt, wir beraten Architekten auch schon im frühen Stadium des Entwurfs über Tageslichtöffnungen, wie man eben viel Tageslicht auf eine gute Art und Weise auch in Gebäuden nutzen kann. Heutzutage wichtiger denn je zuvor. Wir machen Masterplanungen für Städte. Also eine der größten ist die Expo 2000 in Hannover gewesen, der größten Masterplanungen für ein Gebiet, auch an dem sofort realisiert wird. Das ist natürlich in anderen Städten anders. Hier das Beispiel aber der westlichen Hafen City in Hamburg. Und was nicht jeder Lichtplaner tut, aber ich mit größtem Vergnügen und auch gerade wieder Bücher schreiben, weil mein Fach ja nicht so, also relativ jung ist und es da auch nicht so viel gab. Ich wollte Wege finden zwischen der reinen Lichttechnik, Elektrotechnik und der gestalterischen Seite, ich selber komme vom Industrial Design her, dazwischen zu vermitteln. Jetzt komme ich aber zu meinem Thema, nämlich den Masterplanungen. Das Ganze ging so ein bisschen, oder die Stadt Lyon ist immer wieder in aller Munde, wenn es um Masterplanungen geht, weil dort schon 1990 ein Plan Lumière entstand und die Stadt eben mit Illuminationen sowohl Touristen anzog als auch insgesamt anderen Städten zum Vorbild wurde. Das bedeutete, dass man zuerst die ersten Masterpläne, die wir entwickeln sollten, man, also wir Lichtplaner meine ich jetzt, wir als eine Profession, dass wir dort beschränkt wurden auf das gestalterische Licht, weil die Motivation war, wir wollen die Städte nachts attraktiv machen. Das Stadtmarketing hatte dort auch dann Budgets bereit, um eben Städte auch für Touristen attraktiver zu machen. Es sollte natürlich Besonderes gezeigt werden, also Gebäude, bestimmte Gebäude hervorgehoben werden, Orientierung geben, Aufenthaltsqualität schaffen. Während das funktionale Licht, ich würde sagen, dass in unseren Städten sehr stark auch aus diesem Gedanken nach dem Zweiten Weltkrieg mit der autogerechten Stadt, also dieser Art von Herangehensweise an Stadtplanung, auch ein autogerechtes Licht war, also wenn wir es jetzt heute Mobilitätslicht nennen, dann wissen wir, dass das noch ein recht junger Begriff ist, der eben ein anderes Verständnis impliziert. Und das funktionale Licht sollte einmal dafür sorgen, dass wir Sicherheit haben, sowohl eine Verkehrssicherheit, Sicherheit vor Unfällen, wie auch Kriminalitätssicherheit. Und auf der anderen Seite, wie wir ja auch in vorangegangenen Vorträgen schon gehört haben, Kontrolle schaffen. Das hat eine lange Tradition. Ich sehe aber in dieser Trennung, dieser unterschiedlichen Betrachtungsweisen des urbanen Lichtes, eine große Schwierigkeit, also wieder, wir haben das gestalterische Licht, wir haben das funktionale Licht. By the way, ich liebe die Peitschenleuchten, die wir in Hamburg haben, die so elegant sind und habe sie hier extra ganz abstrahiert mal als Schatten nur gezeigt. Also technisches Licht kann eben auch eine große Schönheit sein. Und wenn es eben so eine, auch ingenieursentworfene, sehr reduzierte Form hat oder vielleicht auch gerade deshalb. Mit dem gestalterischen Licht passierte Folgendes. Ich nenne das das bunte Grausen. Also Erwartung an uns Lichtplaner war, jetzt macht unsere Städte hier zu einer Kinoleinwand. Und auf der anderen Seite, auch vom technischen Licht her, sieht man hier ganz gut eine Aufnahme aus dem Flugzeug, dass wir technisch leider immer mehr Licht machen, immer heller werden, obwohl das tatsächlich nicht unbedingt eine Lösung ist, sondern im Gegenteil kontraproduktiv. Und da wird jetzt häufig einander entgegengestellt. Also wir möchten einerseits Spaß haben, wir möchten Feste feiern. Die Nacht ist eben etwas Besonderes. Wir wollen uns wohlfühlen in der Stadt, Identität bilden. Wir wollen auch eine gewisse Ordnung haben. Wir wollen gut sehen können. Und das stünde dann teilweise im Widerspruch zu Bedürfnissen und Notwendigkeiten, die unsere Umwelt hat und damit natürlich auch für uns überlebenswichtig ist. Das heißt, dieser Aspekt der Rücksichtnahme ist, glaube ich, ein ganz wichtiger. Muss ich einen kleinen Schluck trinken? Ich habe verschiedene Beispiele. Die Stadt Hamburg hat ein Lichtkonzept entwickelt, eben noch unter dieser Vorgabe, wir möchten die Stadt schön machen, sowohl für die Bewohner als auch für die Gäste der Stadt. Und dieses Lichtkonzept bezieht sich allerdings nur auf die Hamburger Innenstadt, wurde von der damaligen Stadtentwicklungsbehörde initiiert und entwickelt. Und inzwischen gibt es einen Lichtbeirat, in dem ich auch Mitglied bin, der ehrenamtlich arbeitet und eben die Realisierung dieses Lichtkonzeptes kontinuierlich jetzt seit 2005 begleitet. Wichtig war eben, eine der Motivationen war, Lichtqualität oder Qualitäten der Stadt zu zeigen, Besonderheiten zu betonen, aber ganz wichtig, Begehrlichkeiten einzudämmen. Das heißt, private, teilweise auch kommerzielle Beleuchtung in der Innenstadt möglichst zurückzudrängen, um das gesamte Stadtbild zu erhalten und hierfür Regeln zu schaffen. Also wie ich meine, ein sehr löblicher Versuch. Trotzdem eben ein bisschen halbherzig, weil hier festgelegt wird, welche Gebäude dürfen überhaupt angestrahlt werden, welche dürfen es nicht, wo sind Besonderheiten, die für die Orientierung genauso wie auch notwendig sind, um die Identität der Stadt zu zeigen, aber noch ganz losgelöst von der öffentlichen Beleuchtung, die eben für Straßen, Fußwege, Radwege, alle Verkehrsflächen notwendig ist. Wo ich meine, diese Integration ist ein ganz wichtiger Punkt, denn auch technische Beleuchtung schafft natürlich Atmosphäre. Sie können das alle nachvollziehen. Wenn wir ein kaltes Licht haben, dann schafft das eine Atmosphäre, egal ob das eine Straßenlaterne ist oder eine Anstrahlung. Was noch ganz toll an diesem Hamburger Lichtkonzept ist, ist, dass Hamburg wirklich versucht hat, Maßstäbe zu setzen und da zu sagen, was soll das hellste Gebäude sein? Das hellste Gebäude soll das Rathaus sein, denn wir leben in einer demokratischen Stadt, also darf keine Werbung, keine kommerzielle Beleuchtung heller sein als das Rathaus, zumindest eine Fassadenbeleuchtung. Und man sieht das hier einmal in der Realität und dann in diesen Vorgaben, die sich daraus entwickelt haben. Und da kamen dann nämlich plötzlich die Lichtfachleute dazu, weil die Stadt selber nicht wusste, was sollen wir denn hier sagen. Und es ist hier ein Kandela pro Quadratmeter, also die Leuchtdichte, die Helligkeit, die dann von dieser Fassade zurückstrahlt, benannt. Dächer dürfen drei Kandela haben, dann geht es runter, die Fassaden fünf Kandela pro Quadratmeter. Und in Werbezonen und Fußgängerbereichen, da die Innenstadt ja auch sehr stark eine Einkaufsgegend ist, war dann etwas mehr zugelassen, weil natürlich Licht aus Schaufenstern dann heller ist. Das ist ein Ansatz gewesen, eine Motivation, Lichtkonzepte zu erstellen. Der nächste Ansatz ist die Stadt Rotterdam 2012. Da kommen noch so eine kleine politische Geschichte hinein, die ich nicht vorenthalten möchte. Ich bin als deutsche Lichtplanerin beauftragt worden, diesen gigantischen Masterplan für die Stadt zu entwickeln, der eben ein Programm bis 2030 eröffnet, beinhaltet. Und habe dann gesagt, nachdem ich den Auftrag kam, dass ich das sehr bewundere, dass eine Stadt, die von uns Deutschen in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs wirklich komplett platt gemacht wurde, da stand noch eine Kirche und eine Brücke, das war alles, was man auf den historischen Fotos sehen konnte. Und die sagten dann zu mir, wir haben immer miteinander gehandelt. Und das hat uns auch zusammengebracht oder hält uns weiter zusammen. Trotzdem hörte ich hinterher, dass das eine große Erleichterung für meine Auftraggeber auch war, dass das erwähnt wurde. Gut, neu an diesem Masterplan war ein umfassendes Programm, ein Bestandteil, also nicht nur Licht, auch andere Aspekte des öffentlichen Raumes wurden betrachtet. Es betraf die ganze Stadt, nicht nur eine Innenstadt, nicht nur ein neu entwickeltes Stadtgebiet, sondern Wohngebiete, Satellitenstädte, die auch neueren Ursprungs sind. Und das war ein wichtiger Punkt mit ganz unterschiedlichen Atmosphären und Notwendigkeiten. Und das, was ich eingangs sagte zu Hamburg, was da fehlt, gestalterisches und funktionales Licht wurde zusammengeplant. Lustigerweise hat es in Rotterdam auch einen Grund. Da hat man wirklich gesagt, wir möchten gerne auch an Gebäuden teilweise die Beleuchtung unter Arkaden mit einbeziehen in das öffentliche Licht. So können wir weniger machen. Und hier die Dokumente, die es da gab. Also dieses Lichtkonzept gehört eben in dieses, in die Rotterdam Vision für 2030. Und das besteht nicht nur aus dem Lichtmasterplan, sondern auch aus einem Bäume-Masterplan und dem Stadtmobiliar, so genanntes. Manche mögen das Wort nicht so sehr. Und einer der Gründe, einer der Motivationen, und das ist nicht nur in Rotterdam so, sondern in vielen anderen Städten inzwischen auch, war, die Stadt hat also fast 100.000 Lichtpunkte. Dafür hatten sie 600 verschiedene Leuchtentypen auf ihren Masten da stehen, was natürlich ein Wahnsinn ist, zu verwalten und zu warten und zu unterhalten. 90 verschiedene Lampen, also die Leuchtmittel in diesen, die ja standardisiert waren damals jedenfalls, in diesen Leuchten. Und dann 90.000 Masten und 300 verschiedene Masttypen. Ein Wahnsinn. Aber die Stadt Berlin übertrifft das noch. Die haben nämlich 800 verschiedene Leuchten gehabt, als sie ihr Lichtkonzept entwickelten, und 400 verschiedene Masttypen. Also in dieses Wirrwarr muss man Ordnung bringen, nicht nur gestalterisch, sondern eben auch wartungstechnisch. Es war also ein ganz klarer wirtschaftlicher Punkt, auch zu sagen, okay, wir müssen das mal in Ordnung bringen. Und wie das dann vor sich geht, also so ein Masterplan dauert, den überhaupt zu entwickeln, dauerte in Rotterdam ungefähr zweieinhalb Jahre, aber eben, Sie hörten, bis 2030 soll das Ganze entwickelt sein. Wir haben da auf den Fahrrädern, Holland typisch, ganz viele Erkundungen mit vielen Beteiligten innerhalb der Stadt gemacht und dann auch angefangen, ein ganz wichtiges Thema, das ich immer wieder betonen möchte, das Thema der Blendung. Denn das hat damit zu tun, dass wir nicht nur über Helligkeiten sprechen, sondern eher über Kontraste und über die Wahrnehmungsfähigkeit unserer Augen. Je stärker wir geblendet werden, umso weniger sehen wir. Je weniger wir geblendet werden, umso weniger Licht brauchen wir zum Sehen. Und daher diese Fotos, die dann mit leuchtdichten Fotos das Ganze auch in numerische Werte abbilden und uns zeigen, wo wir agieren müssen, wo wir etwas anderes machen müssen. Gut, so ist also die Stadt hat mit ihrer Lichtanlage ökonomischer geworden, schöner, ordentlicher, einheitlicher und individueller. Einheitlich in dem Sinne, dass es übergeordnete Kriterien gibt, individuell aber eben auch die einzelnen Stadtteile, die sehr, sehr unterschiedlich sind, als das vorher gewesen ist. Was wir gesehen haben und gelernt haben und dort auch schon teilweise realisieren konnten, ist, dass wir angefangen haben, Lichtqualitäten für Leuchten festzuschreiben. Also wir sagen nicht nur, es gibt das übergeordnete Konzept, sondern die einzelne Leuchte, die Lichttechnik, die wir einsetzen, wenn wir uns der widmen und da auch sagen, welche Qualitäten die haben muss, dann können wir eine ganze Menge dafür tun, dass eine Stadt schöner und auch ökologisch und ökonomischer wird. Was auch in Rotterdam immer schon nicht so ganz klar war, während unserer, während der Masterplanung selber, also in diesen Jahren unserer Planung, wie hoch eigentlich die Budgets für so eine Umsetzung sind. Denn wir wissen alle, so langfristige Projekte, die brauchen natürlich ein jährliches Budget für die Umsetzung und es sollten auch immer dann Budgets für Planung bereitgestellt werden und nicht nur für den Einkauf der Leuchten. Und dann auch festzulegen, wer trägt eigentlich die Verantwortung dann für die Realisierung? Hafencity Hamburg. Auch da war ich mit im Spiel. Hier wollte ich nur noch einmal kurz zeigen, das ist die westliche Hafencity. Nur ein Stadtteil, aber ein ganz neuer, junger Stadtteil, wo man also auch Infrastruktur schon teilweise plante, bevor gebaut wurde. Und da sieht man noch mal ganz gut, welche Ordnung man da hineinbringen kann, dass Hauptstraßen andere Lichtcharaktere hat, also beispielsweise etwas höhere Leuchten, etwas weiter stehende Masten. Dann Quartierstraßen, da wird es dann kleiner. Wir kommen dann zu Uferzonen, wo es uns ganz wichtig war, dass eben diese Qualitäten Hamburg und Rotterdam auf eine dunkle Wasserfläche schauen zu können, dass wir die natürlich stärken wollen und dann nicht davor eine blendende, also das blendet nicht so schlimm, aber eine blendende Leuchte zu stellen, sodass dann danach alles schwarz ist, sondern dass man auch in die Weite schauen kann. Plätze, die ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten haben, Kreuzungen und Landspitzen und markante Hochpunkte, vorhin sagte ich, dass Orientierungspunkte eben auch ganz wichtig sind. Und hier sehen Sie da in dem Türkis beispielsweise das große Feld, die Elbphilharmonie, die ja als eine Landmarke in der Hafencity und inzwischen für die ganze Stadt geworden ist. Und hier dann die östliche Hafencity, auch hier wieder das Thema Kontinuität. Acht Jahre später ging es dann weiter für die östliche Hafencity, die wesentlich mehr Parkenflächen hat als die westliche und die sich jetzt realisiert und die noch einmal stärker in den letzten Jahren immer klarer in den Vordergrund betretenen ökologischen Fragestellungen orientiert ist. Wobei ich sagen muss, der Direktor der Hafencity GmbH, Bruns Berendteck, ist ja Biologe und hat schon immer diese Aspekte sehr stark mit hineingebracht in die Diskussion. Und hier sieht man jetzt noch mal so eine der Kategorien, wie der Masterplan dann festhält, was dafür vorgeschrieben ist. So. Ich versuche so einen ziemlich schnellen Durchgang. Ich habe blöderweise meine Uhren nicht angestellt. Also ich bin froh, wenn ich zwischendurch ein Signal kriege, so wie ich, wenn ich das nur noch fünf Minuten habe. Also auch hier versuche ich ein bisschen schneller, als man das so wahrnehmen kann, jetzt hineinzugehen. Wer redet mit? Das ist ja erst mal gar nicht festgelegt. Wir mussten ja alle gemeinsam erst mal entwickeln, wie entsteht ein Masterplan, wer ist zuständig. Und da haben wir eben gesehen, Stadtplanung, dann von der Architektur, Denkmalpflege, Landschaftsplanung, inzwischen sogar IT und Infrastruktur ist noch mal ein ganz eigenes, auch politisches Thema. Wer eignet sich jetzt eigentlich diese Infrastruktur an von Elektrizitätspunkten, die wir in der Stadt haben, von diesen Masten, wenn wir jetzt über 5G sprechen. Also da ist noch einiges zu regeln eigentlich. Aber natürlich genauso die Soziologie, Betreiber von Beleuchtungsanlagen, Ämter, die dafür sorgen, mit der Kriminalitätsprävention ist auch die Polizei dabei, Naturschutz und Geschäftsleute, die ihre Wünsche natürlich auch haben, ihre eigenen Belange in den Vordergrund zu bringen. Und das Stadtmarketing, wie ich sagte, das eins der Treiber war, um Lichtmeisterpläne überhaupt in die Welt zu setzen. Das alles. Und dann kommt das immer größer werdende Bewusstsein für Klimaschutz beziehungsweise die Klimakatastrophe. Ich finde, so sagt man es ganz ehrlich. Die Welt brennt. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass eben Flutkatastrophen und gigantische Waldbrände sich abwechseln. Und da kann der zart vor uns schimmernde Mond in der Nacht nur noch Mellow sagen. Oh nein. Und wir versuchen jetzt, nicht nur jetzt, aber damit umzugehen. Und jetzt ist es natürlich so, dass dieses Wort Nachhaltigkeit so inflationär benutzt wird, dass wir so im Grunde ja schon über Greenwashing jetzt sprechen müssen, weil jeder meint, sich damit brüsten zu können, dass ich eben gerne nochmal etwas genauer sagen möchte, was ich darunter verstehe, hier im Zusammenhang mit Licht. Also wir kennen vielleicht alle diese drei ineinander sich übereinandergreifenden Kreise von Ökologie, von Gesellschaft und Ökonomie. die versuchen so ein bisschen das zu ordnen, was hier alles zusammenkommt. Und ich möchte nur ganz kurz sagen, zur Ökologie zähle ich natürlich in erster Linie das Tageslicht. Wir haben ja eben ganz toll von Jo auch die Anregung nochmal bekommen, mehr über Tageslicht nachzudenken. Und natürlich sind wir ökologisch, wenn wir die natürliche Ressource nutzen und nicht umwandeln in elektrische Energie und dann drinnen auf sehr ineffiziente Art und Weise, auch wenn wir mit LEDs agieren, künstliches Licht zu schaffen. Ein Punkt. Nächster Punkt ist tatsächlich, ökologisch ist es, den Tag-Nacht-Rhythmus als ein Geschenk und eine Vorgabe zu sehen. Wir sind alle im Laufe der Evolution von Lebewesen auf diesem Rhythmus konditioniert und es wurde gestern auch kurz angedeutet, wir sprechen eben heutzutage immer stärker vom zirkadianen Rhythmus, also dass unsere inneren Uhren, diese Zehntausenden von kleinen inneren Uhren, die in uns ticken, in ihrer Feinjustierung immer wieder abhängig sind vom Tag-Nacht-Rhythmus. Man kennt Experimente, in denen Menschen eben davon unabhängig, nicht in Folter, sondern in Studiengruppen, zum Beispiel den kompletten Entzug vom Tageslicht hatten, diesen Rhythmus nicht hatten, da ticken die Uhren dann ungefähr zehn Minuten länger, sodass auf die Dauer sich der Tagesrhythmus verschiebt. Das ist nur ein Punkt. Wir müssen uns eben nachts auch regenerieren, eine ganze Menge von Zellgenerationen, genauso wie Gedächtniskonsolidierung findet nachts statt und das auch nur, wenn wir gut schlafen können, bei genügend Dunkelheit. Das heißt, wenn wir über Lichtverschmutzung sprechen, geht es dann nicht nur darum, Artenvielfalt auf der Seite der Tiere aufrecht zu erhalten, sondern uns selber auch gesund zu halten. Und dann hat es eben einen unglaublichen Reichtum, auch das haben wir eben ganz toll gesehen, mit dieser Kunstinstallation, die du vorgestellt hast, in Grönland. Der ökonomische Punkt ist eben auch, wenn ich das Potenzial von Tageslicht ausschöpfe, brauche ich weniger ökonomischen Aufwand. Energieeffizienz, meine ich, ist nicht der einzige Punkt, in dem wir Leuchtmittellichtquellen betrachten sollten. Damit bewegen wir uns leider, meine ich ganz klar, in die falsche Richtung. Es geht immer noch darum, über Qualitäten zu sprechen, also über Farbwiedergaben, über Entblendungsmöglichkeiten. Dann haben wir die volle, im Grunde das volle Potenzial von gutem Licht ausgeschöpft und nicht, wenn wir nur sagen, die LED produziert jetzt 150 Lumen pro Watt und damit ist alles okay. Eine Monopolisierung des Marktes, auch darüber müssen wir sprechen. Und Kreislaufwirtschaft, Modularität von Leuchtmitteln ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich jetzt nicht ganz ausführen kann, aber den wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren angehen müssen. Und gesellschaftlich, wir haben genauso Recht auf Tageslicht wie das Recht auf Dunkelheit, wird überhaupt nicht verfolgt. Da waren wir in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts und in den 50er Jahren viel toller, beispielsweise was Tageslicht anbetraf in Bebauungsplänen von Städten. Wir wissen, wir haben einmal die visuellen Wirkungen des Lichtes und dann die nicht visuellen. Wir brauchen natürlich Sicherheit und Orientierung und es wird inzwischen wichtiger, auch in Lichtprojekten im öffentlichen Raum, der uns allen gehört, eben auch Partizipation stattfinden zu lassen, weil die Menschen in den Stadtteilen am besten wissen, was sie brauchen. Und dazu, unter diesem politischen Aspekt, finde ich sehr interessant, was Ingrid Gehl schon vor vielen Jahren aufgezählt hat, was sind eigentlich die Grundbedürfnisse für das psychologische Wohlbefinden, auch im Gegensatz zu dem, was wir jetzt gehört haben über Gewalt mit Licht, nämlich das Gegenteil, diese Bedürfnisse nicht zu erfüllen. Ich zähle das nur kurz auf. Die Bedürfnisse sind, Kontakt zu anderen Menschen zu haben, eine Privatsphäre zu haben, Räume, in denen vielseitige Erfahrungen möglich sind. Sinnstiftung, Spiel, Struktur und Orientierung, persönlich Einfluss nehmen zu können, oder heute sagen wir Selbstwirksamkeit und sich identifizieren können mit seiner eigenen Umgebung und natürlich Ästhetik und Schönheit. Und das können wir wunderbar mit einem guten Licht im öffentlichen Raum erfüllen und dem helfen. Was ich jetzt hier aber zeige, ist nochmal das, was gerne im Gegensatz gesetzt wird, zu dem Anspruch, Dunkelheit zu bewahren und gleichzeitig zu sagen, wir möchten uns sicher fühlen. Also eben ein ganz wichtiger Punkt natürlich. Und wir haben am Hansaplatz in Berlin, wo eben das Problem in den letzten Jahren immer größer wurde, dass Bewohner, die auch teilweise älter wurden, sich zunehmend unsicher fühlten, haben wir ganz genau geschaut, was gibt es eigentlich. Eben dieses funktionale Licht auf der einen Seite, ein objekthaftes Licht kann man auch haben, das Leuchten als Zeichen wirken. Es gibt das Licht aus Gebäuden heraus, das unglaublich viel zur Atmosphäre und zur Lebendigkeit und zum Sicherheitsgefühl beiträgt. Beleuchtete vertikale Flächen, das Betonen von Eingängen, Durchgänge zeigen und was eben hier am Hansaplatz klar ist, da ist dieses S-Bahn-Viadukt, da gibt es Angsträume, weil nämlich man durch einen hellbeleuchteten Tunnel geht, dann ein Wahnsinnskontrast entsteht, weil danach ist erst mal keine Straßenlaterne, da ist dann so ungepflegtes Gebüsch an der Seite und da ist klar, hat man natürlich Angst. Durch Helligkeit, das sieht man hieran ganz gut, wird man das nie und nimmer lösen können, sondern durch bessere Kontraste, durch andere Faktoren als Licht, nämlich mal so Grünanlagen zu pflegen und natürlich auch durch eine Lebendigkeit, dass ich weiß, okay, dahin geht es weiter oder da befinden sich auch Menschen. Ich habe das Gefühl, ich muss mich beeilen. Sehr gut. Und auch hier hat eine ganz tolle Mitarbeiterin für Sicherheit, also von der Polizei her mitgewirkt am Hansaplatz, die Ingrid Hermannsdörfer, die eben ganz klar zeigt, es gibt keine Nachweise, dass mehr Licht eine objektive Sicherheit herstellt, also darüber gibt es keine Statistiken, auch wenn das immer wieder behauptet wird. Es gibt eine subjektive Sicherheit, das ist eben dieses Gefühl des sich sicher fühlens und da spielt Licht schon eine Rolle mit, aber wir sollten eben genau schauen, in welcher Richtung. Und inzwischen wird dieses Thema eben auch aufgegriffen und da kommt wieder die Partizipation hinein, die Organisation Plan, die eben auch Safer City Maps macht und sich um den Schutz von Kindern kümmert und Mädchen in Städten, die haben inzwischen organisiert, ich habe hier das Beispiel der Stadt Hamburg nochmal gezeigt, dass es so eine interaktive Mappe gibt, in der jede, die mag oder jeder unsichere Orte benennt oder auch sichere Orte, um so ein bisschen überhaupt mal eine Statistik darüber zu haben, welches sind die Orte, an denen wir uns sicher und nicht sicher fühlen. Also das sind jetzt Entwicklungen, die ich sehr begrüße und nun komme ich zu einer Entwicklung, die ich nun wiederum gar nicht toll fand. Wir kommen hier wieder zur Innenstadt von Hamburg. Der Jungfernstieg, eine der prominenten Straßen in Hamburg und dort ganz klar der Gedanke auch, erst mal vom Lichtkonzept her, wenig Licht zu haben, um diese große dunkle Fläche des Sees auch wahrnehmen zu können. Was ist passiert? Es gab Jugendliche aus Satellitenstädten in Hamburg, die mal freitags eine Zeit lang dort feierten und auch vielleicht etwas mehr Alkohol tranken. Dann fühlten sich Menschen, die dort einkaufen gingen, unwohl deshalb. Und die Polizei hat ohne jede Absprache mit denen, die für die Beleuchtung zuständig sind, die das Lichtkonzept erstellt haben, da riesen Flutscheinwerfer aufgebaut, die fast ein Jahr standen, unwidersprochen und natürlich alles konterkarierten, was man da vorher gemacht hatte. Es gab auch Begründungen dafür, die nicht gerade über demokratische Beweggründe hier also das zugrunde legten. Ich will nur zeigen, es hat eben immer diese Ambivalenz. Einerseits wollen wir sicher eine Sicherheit haben und andererseits ist das sofort auch eine Kontrolle. Und der Jungfernstieg, denke ich, ist für alle da. Und natürlich gibt es Punkte, die da nicht geschehen sollen. Kriminalität fand aber nicht statt. Also das war nicht der Fall, sondern es war dieses eher sich so ein bisschen bedroht gefühlt haben darüber. Ich hoffe, das ist nicht despektierlich, wenn ich hier sage, so ein bisschen. Ich nehme das schon ernst, aber es war hier von der Verhältnismäßigkeit schon sehr merkwürdig. Und von diesem Flutlicht komme ich jetzt, nehme ich ein bisschen Fahrt auf und komme einmal auf eine dieser vielen Landkarten, die eben zeigen, wie wahnsinnig wir Licht ins All werfen, was unheimlich schön aussieht. Vielleicht ist aber eine tragische Situation, wenn man hier genauer hinschaut, auch wieder als Beispiel die Stadt Hamburg. Es gibt diese Bortlescale, die uns eben einen Maßstab gibt darüber, wie viel Licht verschmutzt Ich habe anhand der Leuchtdichten, die der Himmel annimmt und eben auch anhand der Sterne, die wir sehen können. Ich glaube, es ist kein Bewusstes, also wir können so ungefähr 2.000 bis 3.000 Sterne mit bloßem Auge sehen, an ganz dunklen Stellen. In Städten sind es 200.000 bis 300.000 Sterne. Und hier sieht man, dass eben von 2012 bis 2021 die Stadt Hamburg immer heller geworden ist, diese roten und orangen Flächen immer größer wachsen und es nimmt kein Ende. Leider auch wiederum durch den Rebound-Effekt, den wir haben durch die LEDs. Wir können energieeffizienter Licht erzeugen und gleichzeitig machen wir aber jetzt mehr Licht und verbrauchen genauso viel Energie wie vorher. Mit den guten Gefühlen. Ökologische Seite. Wir Menschen, habe ich erwähnt, Insekten stehen hier mit für Vögel. Ich will die schrecklichen Bilder von gestrandeten Vögeln, die orientierungslos um Hochhäuser kreisten, nicht zeigen. Und muss jetzt aber ein bisschen schneller sein. Glühwürmchen deshalb, weil ich als Kind, die noch im Garten meiner Großmutter in Göttingen, also hier in Europa, sehen konnte. Inzwischen kenne ich das nur noch aus ganz weit entfernten und einsamen Gegenden, wie eine Insel in Malaysia. Das ist traurig und außerdem ein Beispiel für Biolumineszenz, also auch eine Art und Weise, Licht zu erzeugen, die für uns noch spannend ist, wenn wir uns ein bisschen an der Natur orientieren, wie wir auch Licht machen. Und hier die Folgen für Pflanzen. Also dieser Baum ist zwar schon komplett entlaubt, aber dieser Bereich, in dem eben die Leuchte auf diesen Ast wirkt, da bleibt alles Blattwerk noch dran, was ökologisch sehr schädlich ist. Trotz all dieser Schrecken habe ich hier ein Beispiel einer Stadt, die eben einen Sternenpark in der Nähe hat, in dem tatsächlich das Aspekt ist, die noch vorhandene Dunkelheit, die es eben geschafft haben, vorher, nachher dunkler zu werden. Das ist ein ganz schneller Ritt durch die Lichttechniken, weil ich das immer angesprochen habe. Wisst ihr, weshalb Piraten eine Augenklappe haben? Das ist nicht, weil sie im Kampf irgendwie ein Auge verloren haben, sondern weil sie sehr schnell unten ins Schiff reinkommen mussten und da sehen können mussten. Also die haben wirklich den Trick gehabt, draußen das Auge zu adaptieren auf Helligkeit und das andere Auge auf die Dunkelheit gleich parat zu haben. Und das erzähle ich deshalb, weil Blendung einer der Punkte ist. Also hier sieht man Lichttechniken, wir haben das so ein bisschen entwickelt, was man machen soll. Kein Licht nach oben strahlen, gut entblenden. Also wenn wir Menschen nicht blenden, dann brauchen wir eben so wie der Pirat ganz wenig Licht, um etwas zu sehen. Es gibt viele Kunstwerke, die das eben auch thematisieren und Rauminstallationen. der nächste Punkt, die Lichtfarbe, war auch schon, wird noch heute weiter thematisiert, eher die warmen Lichtfarben, Light on Demand oder eben das Licht dort, wo es notwendig ist. Also in dieser dritten kleinen Blase, da sieht man das, dass wir heute Licht dementsprechend steuern können. Der Leuchtturm, auch gestern schon angesprochen, ist eine der faszinierenden Techniken, wo man sehr effizient Licht sehr weit schickt, sehr gezielt, mit diesen Super-Frenel-Linsen. Auch das ist eine Technik, die wir weiter uns aneignen sollten oder weiter untersuchen sollten. Und dann ganz unten, was wir nicht tun sollen, ich glaube, das rote Kreuz ist so ein bisschen zu dünn geworden, Ubleiz, also war auch eine Inflation, eine Mode, sollte bitte vermieden sein, nach oben Licht strahlen, brauchen wir nicht. Ist auch viel zu dramatisch und oft gestalterisch gar nicht so unbedingt. Jetzt habe ich es einfach einmal alles in der Umsatzsicht benannt. gestalterisch auch nicht unbedingt das Beste, macht so einen Grusel-Effekt, wenn es nicht mal von unten kommt. Das war ein Schlussbild, auch nochmal, nicht Grönland, aber St. Peter-Orbing. Schön wäre es, wenn wir die Dunkelheit so schützen, dass wir die Nacht und die verschiedenen Tageslicht-Situationen wunderbar beobachten und genießen können. Ich danke. Ja, vielen Dank. Wir sind mit der Zeit etwas knapp, deswegen vielleicht eine Diskussion in fünf Minuten, wenn es möglich ist. Denn Fragen bestehen dann gerne jetzt. Herr Baitin, bitte. Ja, liebe Frau Brande, vielen Dank für einen wunderbaren Vorteil. Ich denke mal, die Idee unseres Kolloquiums hat sich insofern auch dahingehend gut erfüllt, weil wir den Blick über den Tellerrand ja werfen wollten. Wir haben gestern angefangen mit den Basisinformationen aus der Physik. Bei Ihnen haben wir jetzt sozusagen neben den kunstwissenschaftlichen Beiträgen auch einen Blick aus dem angewandten Bereich, der sicherlich ganz erhellend war. Nicht nur sicherlich, sondern ganz bestimmt. Vielen Dank. Aber jetzt eine vielleicht etwas blöde Frage an Sie, diejenige, die Licht plant. Sie haben uns ja gerade zum Abschluss noch gezeigt, dass es tatsächlich auch vereinzelte Beispiele gibt, dass es auch die Möglichkeit gibt, mit weniger Licht auszukommen, dass in Hamburg aber Ihrem Wirkungsort, wo Sie ja auch mit lichtplanerisch tätig sind, eher das Licht sich ausdehnt. Trotz allem die Frage an Sie, arbeiten Sie auch daran, das Licht zu reduzieren oder ist es eher eine Frage des Modifizierens, des Modulierens. Denn ich meine, wir haben ja immer wieder das Thema Lichtverschmutzung auch gestern und heute aufgegriffen. Wir werden es gleich auch bei Sigrun Appelt hören, heute Nachmittag bei Annette Korpenisch. Da geht es auch um Lichtverschmutzung aus dem biologischen Bereich. Wenn man jetzt aber tatsächlich dafür verantwortlich ist, lichtplanerisch für Städte tätig zu werden, gibt es tatsächlich Konzepte ihrerseits, auf Licht oft zu verzichten. Ich habe eigentlich immer den Eindruck gehabt, dass es dann doch hier noch ein bisschen ausleuchten und da noch so ein bisschen damit noch Sicherheit, damit es müssen ja tausend Aspekte im öffentlichen Bereich ja auch bedacht werden. Aber wie gesagt, ich wiederhole die Frage, reduzieren Sie auch Licht? Also das ist der größte Erfolg, verrückterweise, wenn wir reduzieren können oder vermeiden können. Ich bin eben in Lichtmasterplänen oft dann so angesprochen worden, jetzt haben wir Sie schon beauftragt und wollen so einen Wow-Effekt haben, bunt angeleuchtete Kirche. Und dann ist eben mein Erfolg, wenn ich das meinen Auftraggebern ausrede. Und natürlich gibt es dann auch in Hamburg beispielsweise so von der Handelskammer, die Stadt leuchtet, das zeigt die Wirtschaftskraft. Und genau der muss man, und das ist, was ich jetzt seit Jahrzehnten tue, dieses Geduldige, immer wieder darüber sprechen, dass auch eine Stadt wie Hamburg, die sich so ein bisschen als distinguierte Kaufleute verstehen, die ihren Reichtum nicht unbedingt zeigen, dass man dann sagt, ja komm, das ist doch die Qualität. Und um die Alster herum funktioniert das dann eigentlich schon ganz gut, außer wenn die Polizei da jetzt so Eingriffe gemacht hatte, die wir aber vom Lichtbeirat her initiiert, also wurde das dann wieder abgeschaltet. Es gab Apple am Jungfernstieg, die mit ihrem Apple-Logo wahnsinnig hell, also diese 2000 Candela weit überschritten. Das hat zwei Jahre gedauert, also Briefe des Oberbaudirektors an Apple, bis die endlich nicht klein beigaben oder so, aber irgendwann sahen wir, aha, das Licht ist runter, ein bisschen runtergedimmt. Also tatsächlich, das Vermeiden ist unser Ziel. Und das aber trotzdem gleichzeitig zu zeigen, wir, die Stadt hat trotzdem eine tolle nächtliche Atmosphäre. Also die Atmosphäre wird ja auch wieder besser. Die schönsten Partys finden im fast dunklen statt und nicht, wenn es genauso hell ist wie tagsüber. Und da gibt es eben Techniken und Wissen von uns über, gerade über die Relation und Wahrnehmung zu Lichttechnik, womit wir reduzieren können. Deswegen hoffe ich, dass wir weiter auf dem Weg sind. Danke. Auch von meiner Seite vielen Dank für den wirklichen Beitrag. Also gerade auch, also ich habe tatsächlich eine Frage aus juristischer Sicht, eigentlich aber dann auch im Anschluss an Andreas bei Teams Nachfrage. Und zwar, Sie können ja nicht alleine sozusagen jetzt eben einzeln sagen, wie er das Licht reduziert. und Sie hatten angesprochen, dass in den 1920er und 50er Jahren in den Bebauungsplänen diese, also so eine Art Lichtplanung stärker verankert war. Wie ist das in den, also sowohl in Hamburg, aber dann vielleicht auch im Vergleich zu niederländischen Städten wie Rotterdam, ist das, wird es verankert, kann es verankert werden so leicht derzeit? Also ich muss sagen, meine Frau ist schon sehr lange her. Deswegen, ich wüsste da jetzt auch nicht auf Anhieb, wie man das so gut, vor allem nachträglich, ja das ist ja immer das Problem für schon vorhandene Bebauung noch regeln kann, aber gibt es da, ist es aktuell so, weil es gibt ja auch jetzt Gesetzesänderungen auch zur Beleuchtung von Städten, wie können, also auf was können sie sich da stützen oder wie können auch die Städte da es regeln, dass es auch wirklich eine Wirkung zeigt, was sie planen, auch vielleicht dann schneller sogar als, sagen wir, über einen relativ langen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren. Ja, das ist tatsächlich ein ganz schwieriger Bereich, also auch ich versuche da ständig Quellen zu finden und Dinge zusammenzubringen, sogar Mitarbeiter aus Behörden, die versuchen eben, sich dem ökologischeren Licht zu verschreiben. Ich unterscheide mal eben, Tageslicht, also enge Bebauung, das war eben 20er und 50er Jahre viel besser, wir wissen durch Industrialisierung gab es ja richtig kranke Menschen, die in ihren verdreckter Luft und engen Stadtteilen lebten und man wusste, man musste was dagegen tun. Da gab es dann Bebauungspläne, die wirklich große Abstände hielten. Inzwischen sehe ich nicht nur in Hamburg, in vielen anderen Städten, dass wir immer stärker verdichten, weil so ein Riesen Finanzdruck auf den Städten liegt, so dass Hinterhöfe, die früher kleine Werkstätten hatten mit eingeschossigen Bebauungen, dass die jetzt hochgebaut werden, also mit Wohnhäusern, so dass im Grunde Tageslicht da nicht mehr hineinkommt. Und ich habe erlebt in einem Rechtsstreit, dass Nachbarn, die eben betroffen waren von so einer Neubebauung, da wurde vom Gericht her beschlossen, dass das Recht des Nachbareigentümers auf Verwirklichung seines Besitzes, also das zu nutzen als zum Bebauen, dass das höher ist als der hygienische Aspekt einer gut belichteten Wohnung in der Nachbarschaft. Also ich glaube, das ist ein kleines Beispiel zwar, aber das spricht Wände. Das Licht hat keine Lobby, das Tageslicht, und das ist ein bisschen anders als Lärm, so dass ich meine, man kann da auch mal noch ein bisschen weiter voranschreiten. Nachts ist es wiederum ein anderer Punkt, also die ganzen Lichtmasterpläne, sind unterschiedlich bindend, das können bezirksmäßige Vorgaben sein, ganze Städte haben das noch nicht so systematisch, und leider gibt es da auch immer wieder Versuche, auch zum Beispiel durch die Normen, jetzt unter dem Aspekt Sicherheit für mehr Helligkeit zu sorgen, also durch so Standards, die gesetzt werden, die eben die andere Seite für total unsinnig und kontraproduktiv hält und wo wir versuchen, Bewusstsein zu schaffen. Die gesetzmäßige Grundlage ist aber wirklich in den seltensten Fällen gegeben, oder wenn es eine gibt, wie in diesem Tageslichtbeispiel, wird sie einfach nicht beachtet. Also insofern, wenn alle auch durch Kunst auf das Thema aufmerksam machen, dann tut es unserer Gesellschaft gut. Genau, also ich hätte gesehen, dass die Corona-Abbelt noch eine Frage hat, vielleicht die letzte, damit wir sozusagen in unserem Zeitplan nicht ganz durcheinander kommen und noch eine kurze Pause haben, gleich, bitte. Ja, ich wollte noch fragen, es gibt ja diese Gewöhnung an mehr Licht und das erleben wir jetzt seit 20 Jahren oder 15 Jahren oder auch seit dieser Umrüstung auf LED mit diesen neuen Normen und die ganze Gesellschaft gewöhnt sich an mehr Licht. Das heißt, da, wo früher eigentlich gefühlt viel Licht war, ist jetzt gefühlt dunkel. Und wenn du da sprichst über Sicherheit und als Frau, wenn ich mich jetzt gewöhnt habe an das viele Licht, wie gehe ich denn um mit dem, was eigentlich früher als sicher empfunden wurde, wo auch viel Licht war aus früherer Sicht, aber wo ich jetzt heute das Gefühl habe, das ist jetzt nicht mehr viel Licht, da fühle ich mich jetzt nicht mehr sicher. Wie schaffen wir dann da die Kehrtwendung? Also wie können wir dann von dem vielen Licht wieder runter und uns dann trotzdem sicher empfehlen? Es ist eben nicht die Frage von viel Licht und viel Helligkeit, sondern es ist tatsächlich die Frage der Lichtqualität. Also wenig Kontraste und auch Raumverständnis. Also ich habe einmal dieses Beispiel, du beleuchtest einen Weg im Park, du gehst wie das Model im Scheinwerferlicht und hast dann natürlich überhaupt keine Möglichkeit mehr zu sehen, wer neben dem Weg steht. Das heißt, wenn ich einen Park beleuchte, versuche ich den Weg gar nicht so viel heller zu machen, aber den Raum verständlich zu machen. Das ist ein großes Sicherheitsgefühl. Und noch einen Punkt, zum an weniger Licht gewöhnen, das ist nämlich ganz klasse. Während der Ölkrise in den 70er Jahren, ich bringe das immer durcheinander, oder 80er Jahren, da wurde in Hamburg, wir haben diese Leuchtstofflampen, Peitschenleuchten, da wurde in jeder Leuchte eine Leuchtstofflampe rausgedreht. Also statt, wir hatten plötzlich nur noch die Hälfte des Lichtes. Alle haben sich daran gewöhnt, es gab überhaupt keine Unfälle, obwohl es nur die Hälfte der eigentlich empfohlenen Norm war. Also man kann sich wunderbar daran gewöhnen und es geht eben eher um eine Gleichmäßigkeit, um Raumverständnis und es geht nicht nur ums Licht, sondern auch darum, wie viele Menschen sind da ringsherum unterwegs, wie dreckig, schmutzig, aufgeräumt sind Gegenden. Kurze Antwort. Vielen Dank für Ihren Input. Haben Sie, da gibt es irgendwelche interaktiven Komponenten, dass man Straßen, wo noch niemand geht, muss man ja auch nicht beleuchten, sondern dass man sozusagen vielleicht durch Bewegungsmelder erst sozusagen nur da Licht wirklich macht, wo auch Menschen sind. Gibt es sowas schon? Macht das Sinn? Ja, ja, also in Hamburg ist ja ein Riesengelände, in Wilhelmsburg, IBA, da ist sowas schon teilweise eingesetzt und jetzt auch in Planung. Das ist dieses Prinzip, das ich da zeige, also wirklich das Licht nur nach Bedarf zu haben. Da muss man so ein bisschen auch aufpassen, dass ich nicht das Gefühl habe, ich bin in so einem Verfolgerscheinwerfer, sondern dass das natürlich eine ganz weiche Welle ist. Und dann haben wir in der Hafencity Sportplätze, da gibt es die Leuchten mit so einem Buzzer dran, das heißt, da können sich die Sporttreibenden ganz einfach Licht für eine Viertelstunde anmachen und dann geht es wieder aus und dann machen sie es wieder an. Also, es gibt tolle Sachen dafür. Dann vielen Dank für Ihren Vortrag und auch für die spannende Diskussion. Ich übergebe Ihnen auch gerne natürlich ein Exemplar. Genau.